Wie man ein Voucher-Paket bei OZON auf Ultima Store kaufen und aktivieren kann. Schritt für Schritt Anleitung. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie Gutscheine für den großen Marktplatz OZON kaufen können. Dies ist ein Online-Marktplatz, der in mehreren Goose-Ländern tätig ist und eine breite Palette von Waren des täglichen Bedarfs sowie Exklusivartikel anbietet. Das elektronische Zertifikat von OZON gibt die Möglichkeit, jedes der Millionen von Produkten auf dem Marktplatz zu bezahlen. Von Lebensmitteln bis zur Elektronik. Schritt 1. OZON Voucher auf Ultima Store kaufen. Gehen Sie auf die Website globalultimastore.com und autorisieren Sie sich, indem Sie auf Sign-in klicken. Suchen Sie in der Liste der verfügbaren Gutscheine O-Shopping und klicken Sie auf Buy Now. Füllen Sie in dem sich öffnenden Fenster alle erforderlichen Felder aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Use this Address. Wählen Sie dann die Zahlungsart für die Cashback Points aus und klicken Sie auf Place Order. Es öffnet sich daraufhin das Fenster des Smart Pay Zahlungssystems. Klicken Sie auf Yeah, I want that, um die Zahlung zu bestätigen. Fertig. Sie haben das Produkt bezahlt. Auf dem Bildschirm sehen Sie eine Benachrichtigung darüber. Um zum Ultima Store zurückzukehren, klicken Sie auf Continue Shopping. Jetzt wählen Sie in der oberen rechten Ecke My Account aus. Klicken Sie im linken Menü auf My Orders. Auf der sich öffnenden Seite mit Bestellungen wählen Sie den Abschnitt Completed. Erfolgreich abgeschlossene Bestellungen. Hier sehen Sie alle gekauften Gutscheine. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten, um die Einzelheiten über Ihren Gutschein zu sehen. Sie sehen den Typ des gekauften Gutscheins, das Bestelldatum, die Menge und den Preis. Um zu der Liste der Gutscheine überzugehen, die auf der OZON-Website bezahlt werden sollen, klicken Sie auf My Vouchers. Es öffnet sich die Liste der Gutscheine. Erweitern Sie sie, indem Sie auf den Pfeil auf der linken Seite klicken. Um den Aktivierungscode zu erhalten, klicken Sie auf die Schaltfläche Get Voucher. Der Code des Gutscheins erscheint auf dem Bildschirm in der Spalte Voucher-Code. Kopieren Sie ihn. Sie können den Gutschein auch im PDF-Format herunterladen, indem Sie auf das Kopiersymbol in der Spalte Action klicken. Der nächste Gutschein wird in 30 Tagen verfügbar sein. Schritt 2. Den Gutschein auf OZON aktivieren. Den erhaltenen Gutschein können Sie sofort verwenden, um Waren auf OZON zu bezahlen. Zur Aktivierung des Gutscheins befolgen Sie diese Schritte. Erstens öffnen Sie die App oder die Website. Zweitens gehen Sie zu Ihrem Account und suchen Sie dort den Punkt Codes und Zertifikate. Drittens geben Sie den Aktivierungscode für Ihr Zertifikat in das entsprechende Feld ein und klicken Sie auf Übernehmen. Der Aktivierungscode besteht aus Buchstaben und Ziffern. Verwechseln Sie ihn nicht mit der Seriennummer des Zertifikats, die nur Ziffern enthält. Wenn Ihr Zertifikat im PDF erstellt wurde, finden Sie den Code über der Aktivierungsanleitung. Nebenan ist die Aktivierungsdauer angegeben. Der Nennwert des Zertifikats geht auf dem Guthaben ein und kann innerhalb von drei Jahren ausgegeben werden. Sie können mit dem angerechneten Betrag alle Waren und Dienstleistungen bezahlen, unter anderem Hotels sowie die Bahn- und Flugtickets. Ausgenommen sind Kfz-Versicherung, digitale Bücher und Geschenkgutscheine. Das Geld, das nach der Aktivierung des Zertifikats gutgeschrieben wird, kann weder auf Bankkarten noch an andere Personen überwiesen werden. Es kann nur für volle oder teilweise Bezahlung der Einkäufe auf der Website oder in der App von Ozon verwendet werden. Um den Kauf mit dem angerechneten Geld zu bezahlen, legen Sie die Artikel in den Warenkorb und gehen Sie zur Bezahlung über. Wählen Sie auf der Seite mit den Zahlungsarten von meinem Guthaben abbuchen. Der Betrag wird automatisch neu berechnet. Erledigt, genießen Sie das Shopping mit dem größtmöglichen Vorteil. Wir wünschen Ihnen ein hervorragendes Einkaufserlebnis. Wir wünschen Sie das Shopping mit dem,